Und ihr wisst, wie es ist. Für dieses Beginn ist es jeder Millimeter, wie der Tod steht hinter dir. Das muss der Gefühl sein. Mal wieder. Natürlich ist einem als Dirigent klar, wo sind die ganz wichtigen Debüts, was sind einfach die Top-Orchester und da hängt jetzt schon auch viel von ab, wie das läuft. Man könnte sagen, die letzten zwei Jahre waren wie so ein Crescendo auf den August dieses Jahres hin. Diese riesen Sachen zusammen zu bewältigen und dann sofort, sofort in derselben Nacht oder am nächsten Morgen gleich das Nächste. Das, also das ist dieses Gefühl von, also ich weiß nicht, die Batterie ist so langsam. Es gab auch Zeiten, wo ich auch dachte, ich muss das wieder lassen mit dem Dirigieren. Aber das Gefühl war, dass ich dachte, wenn ich mein Leben lang Dirigent gewesen sein werde, werde ich vielleicht am Ende am meisten auch über mich selber herausgefunden haben und das möchte ich. Ä worru, ich will. Also, mein Leben langer Ja brandon für einer ein neues Heroku befinden. Untertitelung des ZDF, 2020